Grüß euch, ich bin die Maria Berger, ich bin 21 Jahre alt, komme aus Tettendorf und mache derzeit eine Ausbildung zur Krankenschwester. Ich bin ein sehr aktives Mädel in unserem Dorf, ich bin selber bei der aktiven Plattler dabei, dann mache ich die Jugendbetreuung in unserem Trachtenverein, ich spiele Musi und dann bin ich auch im Ausschuss von unserem Dürrenl und Burschenverein. Das ist eigentlich total nett, weil mein Papa, der ist Musi-Master in unserer Musikerband und der hat mich damals mit drei Jahren auf die Bühne mit draufgenommen und da habe ich das erste Mal mit einem direkten Dürfen auf den Abend. Ich brenne einfach für das Herbstfest und mir macht es eine Riesenfreude, wenn ich mit Leuten aufeinandetriffe und das Herbstfest, das spiegelt einfach die Tradition wieder und in meinem Herzen da spiegelt es auch die bayerische Tradition und deswegen können das Herbstfest und ich einfach zusammen. Also am meisten Respekt, glaube ich, habe ich vor der Eröffnungsrede, weil es ist ja ein Wahnsinn, wenn da so viele Leute unten stehen und auf sich schauen und am allermeisten, glaube ich, darf ich mich freuen, noch 19 Jahre wieder zu dirigieren.